Der Markt fordert Internet-Provider heraus, die Kundschaft ist preisaffin und Konkurrenten positionieren sich laufend neu. Die Lösung? Statt eine starre Jahresplanung setzte Energie-Wasser-Bären 2018 auf agile Programmatic Creativity. Basierend auf Dateninsights wurden Werbemittel on the flow kreiert und programmatisch ausgespielt. Ziel war, junge Nutzer von Kombi-Angeboten zu einem Wechsel zu bewegen. Den Anfang machte eine Aufklärungskampagne. Sie knüpfte an der bestehenden Markenführung an und positionierte EWW-Internet als das Internet aus Bern für Bern. Leitplanken definierten den Spielraum in den jeweiligen Phasen. Analysen und Marktforschungen halfen, die Werbemittel laufend zu verbessern und die Zielgruppen immer besser zu verstehen. Live-AB-Testings ermittelten die besten Bild-Text-Kombinationen. Zielgruppen wurden immer feiner segmentiert. Kanäle und Medien kamen dazu. Neues wurde ausprobiert und das ohne langwierige Abnahmeprozesse. Mit Erfolg! Über das Jahr hinweg konnten die KPIs laufend verbessert werden. Eigentliche Gewinner aber sind die Kunden. Sie erhielten zur richtigen Zeit nicht nur das passende Angebot, sondern auch in einer für sie relevanten Form. EWW-Bereist. Der Weg zum Erfolg führt über Data-Driven Creativity statt Stacherplanung.